Ey Nico, ganz ehrlich, ne, das ist einfach fucking awesome, alter. Er baut einen Scheißhaufen. Im fucking Ernst? Hallihallo und damit herzlich willkommen mal wieder bei einer neuen Dunde Master Builders und heute haben wir den Knill Gaming HD dabei. Hallo. Hallo, ja, jetzt erstmal hallo ey, davor haben wir erstmal einen richtig fetten Lachflash kassiert wegen der vorherigen Master Builders-Sonde. Aber gut, ja okay, hä, da ist gerade eben wieder einer rausgegangen. Das ist so nervig. Finde ich auch. Ey, ganz ehrlich, ich mach jetzt einen Cut. Ja, okay. Hey, jetzt haben wir es auch in die Runde geschafft, wir mussten gefühlt zu dreimal warten, bis da mal keiner die Lobby mal verlassen hat. Und wir sollen einen Hut bauen. Oh man. Weißt du, wie du das bauen wirst? Nein. Ich hab schon meine Ideen. So. Erstmal die schönen Items auswählen. Ich hätte fast die Lobby verlassen. Leucht? Ja, das ist schon einfach ganz okay, ne, würde ich sagen. Du hast einen Wanner gemacht. Ich weiß echt nicht, wie ich das hier mitkommitier... Äh, ich bin gerade verzweifelt. Oh, nein, doch nicht. Ich weiß, was ich nehme. Das ist doch gerade voll die fette Idee, dann hab ich es vergessen. Okay, Nico. Meins wird jetzt in den Leben gerufen. Was ist los? Hast du keine Ahnung, was du machen sollst, oder was? Nein, lass mich jetzt. Scheiß auf. Wir haben doch gerade erst angefangen. Ja, es hat gerade erst angefangen, Nico. Also noch hast du genug Zeit, das aufzubessern, ja? Noch. Ich hab wirklich keinen Ansatz gerade, wie ich das bauen soll. Ja gut, ähm, da kann ich dir leider auch nicht helfen, weil ich muss hier erstmal mein wunderschönes Bauwerk zu Ende bauen. Oh, ja, ne? Oh, fuck. Ich glaub, ich hab hier irgendwas gefällt mit der Symmetrie. Ja, aber ist egal. So, das wird schon passen. Muss ja nicht symmetrisch sein. Doch, das muss symmetrisch sein. Sonst finden das ganz, ganz viele Menschen hässlich. So. Oh, oh, Nico. So, der wird so geil, ne? Meinst du, das ist jetzt auch schon mein großer Kreis? Obwohl, ich glaube... Ja, das passt schon so. Dann mach ich hier so diese Fläche. Und da kommt dann der Hut drauf. Ich darf eigentlich nicht so viel verraten, weil sonst hörst du das, was ich sage, weißt du? Eigentlich darfst du gar nichts sagen. Ja, nö, aber bei mir sieht es schon gut aus. Und ich hab noch drei Minuten Zeit. Bei mir sieht es scheiße aus. Also, okay, was heißt, es sieht gut aus. Ich fang erst jetzt mit dem Hut an. Ja, Junge, ich hab gerade nur einen Kreis gezogen. Ich bin am überlegen, wie ich das realistisch ausschauen lasse. Ich glaube, so. Ich glaube, ich könnte das sogar sehr, sehr schnell schaffen. Mit dem Hut. Okay. Ja, was denn? Wie sieht das bei dir richtig kacke aus? Bei mir sieht das einfach aus wie einfach... Oh, Gott. Kacke rum. Ey, meiner sieht richtig hammer aus, Mann. Obwohl, ich habe eine Idee. Ich mache das hier noch ein bisschen... Ach so, das muss draufbleiben. Ich mag schwarze Blöcke bei meinem Tech-Japag nicht so, weil... Das sieht einfach komplett schwarz aus. Ich sehe da keine Konturen drin oder sowas. Also, wenn es da rund ist, ich sehe das nicht, wenn ich von vorne drauf schaue. Okay, doch, aber... Extrem scheiße schwer. Ist, kacke bei meinem Tech-Japag... ...die Blöcke komplett schwarze. Das wirst du ja nachher in der Aufnahme sehen, falls du mein Video schaust. Keine Angst, Thomas. Mach ich nicht. Machst du nicht? Was? Schaust nicht meine Videos? Nein. Nein, Spaß. Ich gucke die. Keine Angst. Ganz, ganz sicher. Ganz sicher. Irgendwann mal in zwei Jahren. Boah, warte. Ich glaube... Irgendwie sieht das so aus, als ob der Hut ein bisschen zu groß wäre. Aber ich glaube, das passt. Ich glaube, das passt. Jo, meine sieht nice aus. Ich glaube, meine ist sogar fertig. Meine sieht aus wie... ...ein mehrstreckiger Kuchen. Also, dein Ernst? Ich glaube, ich packe hier noch ein paar Partikel rein, weil ich die Zeit habe. Emirates Bark. Schaut das aus? Hä? Ich sehe da gar nichts. Geile Partikel auf jeden Fall. Nein. Nein. Lex Wills. 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 Das ist... Das ist... Achso. Welche Dinger? Junge, meine... Meine sieht aus von unten wie Schokoladenkuchen. Ey, du hast noch 30 Sekunden Zeit, Nico. Also... Danach... Danach sieht das aus, als ob da oben ein anderer Resorte kommt. Meiner ist fertig. Meiner ist sowas von fertig. Und ich finde, das sieht jetzt so nice aus. Ohne Witz, den kannst du nicht töppen. Den kannst du einfach nicht töppen. Ich sag mir, was die anderen Schönes gebastelt haben. Ich habe einen Zylinder gebaut, ne? Nur damit du Bescheid weißt. Wenn du noch 10 Sekunden... Scheiß! Könnte ich auch machen, aber weiß ich was wie ein Kuchen wäre. So, Nico, wenn da jetzt kommt, sag mal Bescheid. Ne, die Zeit ist vorbei. Okay. Boah, Master, ich liebe den Modus. Okay. Das soll ein Zylinder sein. Und ich finde, das sieht aus wie ein verdammter Block. Mäh. Ich gebe nur mäh. Und oben hat er nicht mal eine Decke gemacht, Mann. Und hier, kannst du durchgucken. Guck. Dein Ernst? Ja, aber ich habe schwarze Blöcke. Ich sehe das nicht so geil. Die sind komplett schwarz. Okay. Der Zylinder... Der Zylinder muss größer sein. Was ist das da rechts? Ne Cappy, oder was? Ich habe ihn auf. Ich habe es auf... It's okay. Es sind zwei Sachen. Aber das eine sieht aus wie so ein komischer... Keine Ahnung was. Was sieht das? Granate. Ist ehrlich so. Das ist eine Granate. My eyes are bleeding. Er hat das Konzept nicht getroffen. Oder sollte so eine Bommelmütze sein oder sowas. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber das ist so wie eine Granate. Ja, weil er vor allem oben noch Feuerpartikel gemacht hat, ne? Ja. Das sieht irgendwie... It's okay, finde ich. It's okay. Ich finde, der Zylinder sieht aber nicht so geil aus. Unten, der Sand ist doch nicht so fett, Mann. Ist doch nicht fett. Oh, aber der hatte ja vorne noch so ein... Was ist das? Was... Was ist das? Ist es deins? Nein, das ist nie meins. Mäh. Für mich ist das... Für mich sind das keine Hüte. Das sind doch keine Hüte. Das sah gerade voll komisch aus. Meins. Mehrsteckigerkuchen. Deine Piramide... Ey, Nico, ganz ehrlich, ne? Das ist einfach fucking awesome, Alter. Das ist... Ja, 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 ja. Oh, ne, ich geb amazing. Das ist amazing, Jungs. Hä, was ist das? Wolltest du essen bauen, oder wie? Ich glaub schon. Hats. Was? Das sieht aus für mich wie ein Haus, also geb ich nur... Mäh. 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 Boom. Okay, alle anderen fanden es scheiße, aber ganz ehrlich, das war auch kein Hut. Das ist meins. Du musst zum Gesicht, das ist irgendwo da vorne. Ja, guck mal, das ist doch schön, ne? Ne. Ey, ganz ehrlich, das ist das beste Gebäude. Ne. Ich hab's... Ich hab's zwei Stufen darunter gegeben. Was? Zwei Stufen... Ey, was ist das? Puh. Er baut einen Scheißhaufen. Im fucking Ernst? Er baut einfach einen Kackhaufen. So sah mein Zahnabfang aus. Denn er... Ein unfertiger... Hä, warte. Was ist das? Hä? Was ist das auf der Spitze? Da hat er irgendwas aus Glas gebaut. Ich geb ins Okay. Ich finde, es ist gut aus. Wegen dem Zylinder. Du sollst nicht das oben bewerten, sondern das unten. Ja, ja, ich weiß, hab ich auch. Aber die, äh, der... Das Dach war doch nicht so gut, also. Okay, ein Smiley mit, äh, Schleimpartikel. Oder ist das alles ein Sleimpartikel? Ganz ehrlich. Nein. My eyes are bleeding. Wo ist hier der Hut? Wo ist der Hut gewesen? Erklär's mir. Thanks, bro. Oh, das ist... Das ist cool. Das ist... Das ist nice. Ich finde den Zylinder scheiße, aber ich finde die Idee mit dem Hasen gut, also amazing. Hab ich auch gerade gemacht. Aber der Hut vom Ding her ist nicht so geil. Aber es ist cool. Aber wer hat gewonnen, ist die Frage. Wer hat gewonnen? Komm, bestimmt noch welche, oder? Ja. Oh, du bist... Oh, du bist... Oh, du spielst weiter. Aber ein paar Punkte Abstand. Aber ich muss auch sagen, das mit dem Häschen war echt cool. Guck mal, guck mal meins an, Digga. Nimm den Fokus, ja. Hä, warst du überhaupt an deiner Liste? Ja. Ich hab mich gar nicht gesehen. Ich war fast im morangenen Bereich. Es war schon echt kritisch bei dir, ne? Durch. Junge, es gab wieder so eine Scheiße, da. Pup, einfach, warte, ich geh raus, ne? Aus der Lobby. Ja, geh raus. Bauen die einfach einen Kackhaufen. So, Leute, heute mal eine kleine Runde gewesen mit dem Knill Gaming Holdee. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ist auch vor allem so ein Pyramidengebäude da, was ein Kuchen darstellen sollte oder sowas. Bei der Kategorie... Was soll dein Hut darstellen? Bei der Kategorie Hüte. Was soll dein Hut darstellen? Und damit will ich einfach mal sagen, ich hoffe, euch hat diese heutige Runde gefallen und dann mit Tschüdelü reingehauen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.